hallo meine lieben sportfreunde lauffreunde und challenge freunde ich grüße euch einen freundlichen und liebevollen abend wünsche ich euch ziemlich spät das video ich habe heute ja einige telefonate geführt hatte noch den handwerker da war viel los deswegen auch heute kein skat mehr obwohl weiß ich gar nicht vielleicht vielleicht mache ich noch eine kleine skatrunde die ich aufnehme mal schauen weiß ich noch nicht genau auf jeden fall begrüße ich euch zu diesem video ich bin heute exakt die gleiche runde gelaufen wie gestern 7,51 kilometer und ich bin etwas langsamer gelaufen als gestern kommen wir mal gleich zu den daten so da haben wir was heute extrem erstaunlich war wie ihr das hier seht 96,7 kilo nach dem aufstehen und anscheinend habe ich den tagsüber so viel gefuttert dass ich nach dem laufen 100 gramm schwerer war als heute morgen also dass das fand ich schon extrem das hatte ich bisher noch nie dass ich nach dem laufen schwerer war wie vor dem laufen also manchmal ist es ja so dass es extrem viel weniger war hier sind zum beispiel 1,7 kilo hier sind 1,9 kilo die ich weniger wiege hier sind sogar schon 1,7 kilo also es ist immer hier sind 1,3 kilo hier sind 0,8 kilo hier sind 0,8 kilo also ich bin immer leichter gewesen nach dem laufen als vor dem laufen außer heute heute bin ich 100 gramm schwerer so wie gesagt gleiche strecke wie gestern etwas langsamer gelaufen aber immer noch die dritte also die zweitbeste zeit die einzige zeit wo ich also ich bin dreimal unter drei sechs minuten den kilometer gelaufen und das war aber dann tatsächlich hier 7,51 kilometer die anderen strecken waren teilweise länger also ich habe nur einmal weniger nie zweimal weniger gelaufen einmal hier und einmal hier ansonsten immer etwas längere strecken gewählt ja bauchumfang wieder ein bisschen zugenommen 110 cm oberschenkel gleich die schritte anzahl heute sehr viel weniger lag daran dass ich gestern zur arbeit gegangen bin heute mit dem roller gefahren weil es auch regnen sollte und ja so konnte ich ein bisschen länger schlafen und ja war auch ganz gut so ich hatte nämlich mein handy vergessen und da konnte ich dann noch mal zurückfahren nach hause und mein handy holen also so weit ist es ja nicht zur arbeit aber natürlich schrittemäßig ja eine der schlechtesten tage seit dem 10.8 der schlechteste na gut okay ja also ich habe mich heute ganz gut gefühlt beim laufen hatte keine großen einschränkungen ich habe ja ich habe ja wahrscheinlich ich weiß nicht genau ob ich nach helles sehen entzündung habe oder reizung auf jeden fall tut mir immer wenn ich anfange zu laufen die achillessehne wäre weh und da habe ich mir heute so ein schon gerät geholt das ist so eine so eine übung die man damit machen kann dann legt man sein fuß da drauf in so einem bestimmten winkel und das soll dagegen helfen habe ich mir bei amazon bestellt kommt wahrscheinlich morgen schon an dann schaue ich mal ob das eventuell was hilft ansonsten muss ich mal gucken ich habe nämlich auch bandagen noch dass ich mir vielleicht eine bandage anlege ja so also ich bin wie gesagt bin immer noch zufrieden das gewicht ist wieder runter gegangen bisschen schauen wir mal wie es morgen wird heute habe ich noch nicht allzu viel gegessen ich überlege gerade ob ich heute noch was essen ich denke mal ich werde heute nichts mehr essen ok ja dann sollte es morgen gewichtsmäßig noch mal deutlich nach unten gehen wenn ich jetzt nichts mehr esse ok das soll es dann gewesen sein ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder zum nächsten update video das war heute übrigens der dreizehnte tag von 30 tagen jeden tag joggen bis dann leute macht's gut ciao ciao